Hey, Pizza-Apfel, weißt du was? Nein. Ja, aber... Nein. Ich hab noch gar nicht geredet, lass mich jetzt... Nein. Bro, was soll das? Ach, Bruder... Okay. Ich komm aber jetzt wieder rein, dann... ...gehen wir nach dem Script vor. Du weißt noch die Lines, oder? Ja, ja. Hey, Pizza, weißt du was? Stepper ans Mic und Leute sind gestorben, denn ich bin iced out, sie sind eingefroren. Wir sind nicht die wilden Jungs, wir sind die milden Jungs! Ich weiß schon, du heißt Bützi, aber ist mir egal... Peter! Was machst du da? Wir werden doch gefeuert! Kann doch nicht sein. Finish!